So, und weiter geht's jetzt hier. Mal schnell die Rote machen. Also, das Spiel verspricht auf jeden Fall eine Menge Freude, muss ich sagen. Safe. Ja, ich weiß, safe hier. Und wieder. So, naja, mal gucken. Gehen wir mal gleich mit voll aufgeladenem Schwert da drin. So. Mit einem Special-Woof. Komm schon! Oh, da oben ist ein Herz! Oh, Schock! Safe, safe! Ah, stimmt! Ah, safe! Okay! Ah! Ey, geh mal um jetzt hier! Oh, komm, Alter! Ey, komm, Alter! Ey, nee, Mann! Bob! 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 Lobbob! Oh, sorry, euer Ernst! Was ist denn jetzt hier los? Oha! Muss ich richtig vorsichtig durchgehen, okay! Schritt für Schritt! Sehr schön! Pass auf! Ich hab doch gar nicht berührt! Er hat nicht äh, 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 gemacht! Hat er doch gar nicht! Nein! Okay! Okay! Sehr schön! Safe! Safe! Fang schon ganz langsam durch hier! Ganz langsam durchgehen hier! So, sehr schön! Safe! Okay! Alles klar! Wo müssen wir jetzt lang? Äh... Ich hab' keine Ahnung! Geh mal hier nach rechts, hier hast du noch einen Herz holen! Nach rechts? Nach rechts? Da kann ich doch nicht durch! Ja, nach links, nach links, nach links! Oh, das ist... ja, ist okay! Entschuldigung, pardon! Warte mit Absicht mal! B1, B2! Okay, nach oben oder hier? Ja! Ja! Meine oben war ja hier die so... von der Kammer gerade! Stimmt, hier war man noch nicht gewesen! Nie muss man noch lang! Da war mir schon gewesen! Ja, aber da müssen wir jetzt noch diese Schwerte umlegen! Die Schwerteilung! Die Schwerteilung! Was? So, hier! Hier! Oh! Oh! Alles easy! Okay, weiter! Komm schon nochmal! Oh! Oh! Das ist doch nicht das Master Schwert! Na hab ich da, ich da sag das nicht! Die guckst mir wirklich, dass mir da drausrecken! Sehr schön! Boah, 5 Robine! So, warte, ist hier oben! Na scheiße, daneben! Ah! Ah! Verdammt! Wer, wer, wer! Ah! Hä, was ist denn hier eigentlich? Ach, egal! Wie lang! Hä? 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 Da habe ich noch eine Schlüssel, komm ich da jetzt nicht durch! Irgendwas hast du geöffnet! Ja, die Tür da! Mann, wo krieg ich denn jetzt einen Schlüssel hier? Da lang! Mann, wo krieg ich denn jetzt einen Schlüssel hier? Mann, kriegst du aber nicht! Da lang! Ja, griszt! Ja, griszt! Meine Güter, alter! Verpistisch, alter! Mal machen tot! Ja, nun warte mal, der hält ein bisschen mehr aus! Ja, nun warte mal, der hält ein bisschen mehr aus! Mann, die Tür, alter! Mann, wo kriegst du denn jetzt einen Schlüssel her? Der hätt doch gerade eine verpasst. Okay. Ne, endlich. Und der ist auch noch hier? Ey, wieso rücken wir denn keine Herzen raus? Och Mann ey. Boah, das war noch so einer. Los, hör auf ihn ab. Penner, Alter. Nochmal. Penner, Alter. Ey. Nein. Ich hab nicht gesaved. Scheiße. Oh fuck, wie weit denn? Na ja, geht er noch. Von da kann man ja, also da können wir auf jeden Fall nicht lang. Jut, wir wissen mal Bescheid. Neh mal gleich durch, ohne umzulegen hier. Ey, nach Oma, das ist klar. Der folgt uns ganz langsam, er will uns auch umlegen, aua. Und der kriegt doch was hin. Ja toll. Du bist ein Trottelbiss. Ne, bin ich nicht. Idiot. Wie lang? Ja. Nein. Doch, 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 alles easy. Oh, sehr schön. Ach so, das war ja ein richtiger. Stimmt ja, da war ja was gewesen. Ey. Ich muss aufhörens rauchen. Jetzt hier. Okay, wir hörens alles. Vorsatz für das neue Lebensjahr demnächst. Und jetzt aufhörens. Ich muss aufhörens rauchen. Ich muss aufhörens rauchen. Wir müssen nach oben. Ne, wir müssen nicht nach oben. Ich scheiße, ich weiß nicht wohin. Da wurde eben was. Ne, versuch mal nochmal. Oh cool, er hat uns herzhaft gespuckt. Wow. Und er hat auch gleich wieder abgezogen. Und nochmal Doppelkill, alter hier. Fast. Okay, ne, den lass mal in Ruhe. Der ist ein bisschen hart drauf. Was machst du denn da? Malen. Ah ja, Malen nach Zeilen, ich weiß. Na hopp, hier durch. Die wollen mir keine Herzen ausdrücken. Was ist denn das für ne... Was ist denn das für ein Dreck hier? Das Typ ist Eis-Kalb. Ah, ich verstehe. Ich muss den anderen Typen im Ohr rumlegen. Ey, komm mal her hier. Hallo. Hallo, nigga. Komm mal her hier. Hey, 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 hey. Hey, guck doch mal, der wartet da jetzt. Komm mal runter hier. Oh, komm. Geh da einfach hin. Ja, der kommt schon von da hin und gleich. Geh einfach hin. Er kommt gleich. Oh, ja, okay, geh hin. Oh, ja, okay, geh hin. Alles geht dir anscheinend nicht. Oh, verdammt, Renner. Wee, du stirbst. Okay, zu spät. Und normal Slap. Eigentlich müsstest du jetzt voll Nackenschütte bekommen. Es lag, aber... weiter, weiter. Nein, du bist ein Lämiel. Kleines fettes Viehalter. Mann, immer, ey, ey. Piept ohne Ende. Jo, der Lämmer, den hat erst gleich um. Sehr schön. Safe Date. Na, Rom. Wer viel ab, wer viel ab? Nein, ich leg ihn so um. Mutter. Mach der ist einfach. Rubin! Ey, wieso komm ich da jetzt nicht durch? Wieso zur Hölle komm ich da jetzt nicht durch? Alter, wie viel hält der aus? Ey, komm mal zurück hier. Warte, ich muss den Dom legen. Komm mal her hier. Ey, bitte? Bitte was? Bitte was? Ah, ne, verstehe ich schon. Okay, rumgelegt. Ah, verdammt. 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 Ich habe anvernehmen. Ich habe es nicht. Ich habe es nicht. Sieben Schläger! Ah, geht mal einer an. Das hätte also uns ausspucken wollen. Hey, hallo, war mal hier Action. Toll nicht. Um es in der Raum versperrt? Nein, das muss mir sein. Ja, toll, wie komm ich nicht zum ersten Mal hin. Wo ist er als Weg zurück? Wo war denn der Raum gewitt mit anderen? Nein! Hey, ich werde nicht mehr. das aber so ist am einfachen vor Ort auch schon aber auch wenn es nicht mehr ist wenn die Leute stehen das ist kranker seitens und es legt wieder dieses piepen ist in meinem kopf es geht auch nicht mehr weg weißt du wieso weil du einfach nur so schlecht bist ja 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 wie komme ich denn an diesen fickter herzfeiler ran du verdienstest du monsternackenschell dafür ja ne verdient nicht einfach ausweichen nicht schlagen nicht schlagen Robert werde geschlagen für diese scheiß Aktion dabei ist er die größte Pussy überhaupt er traut sich nicht mal Resident Evil zu spielen er hat das Spiel angefangen wollte wieder raus auf jeden Fall kommen ihm Hunde entgehen und er was macht er Prozent aus würd ich spiele sie ist wieder hoch ja weil ich muss geht hier lang an der von doch haben wir ja ha 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 hey da geht doch nicht so und schon habe ich dein Herz safe safe geht auch nochmal noch mal wenn man nach oben die ganze Zeit noch mal wieder zurück so wo sind wir hier hier lang nach oben der Bruch wie geht es ich habe es über die Hälfte um halt verliebt was du mitquatschen kannst Noop Noop Prison Abarthloher Roland Ah stimmt der Himmel erlangt Haua Ah nicht zu den einen Musik 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 Ich hab gemeint, dass es in den Feind rennen Oh, ein Glück Hatte sie eigentlich gar nichts gebracht Doch Nein, was denn Du hast zwar jetzt verloren 2 Halbe Das ist ein ganzes gewonnen Oh, das wird mir ein bisschen seltsich jetzt hier Oh, verdammt, Alter Verdammt Was ist denn das, Mann? Fickt euch Ich bleibe jetzt voller Energie darin jetzt hier Umlegen Ah, umlegen, halt gesagt Leg den Hohensau nochmal um jetzt hier Was ist denn das Problem, Mann? Krieg die Panne? Echt? Echt? Ja, ich bin Frau Orkomburg auf wir sind klar wo wir hier okay wir haben keine Verteidigung und hohe sehr schön alles hier drin nichts alles cool okay hier ist da ist ja selder wie genial ich konnte mir gerade genau belegen alter uhr auch immer wieder um den die sie sind es legt beim Verhältnis ja auch damit ich muss ja muss nicht doch ich habe immer die Erbscheidung auf dem Ort machen das gehört dazu alles gehört dazu ah ich verstehe jetzt müssen wir wieder zurück in den Raum wo dieses große Siegel war das ist immer ganz oben okay hier hätte ich mir verspätet auf warum ich hole jetzt eh ab was ist hier was ist hier drin Bogen ah toll thank you for saving me bonnie listen careful I know a secret about the tower eh I believe the king is trying to get the power hidden on the bar Abamothor Abamothor yeah I know do you understand no 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 ja then let's get out of here before Drager I said Drager? ja ja Drager heißt der so Drageiro comes back come on achso come on haha und sie läuft uns hinterher endlich haben wir gerettet oh geniale Sache was musst du husten diese nervige Klette ha 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 boah Zelda verpiss dich mal älter äh wir nehmen ihn ja auf den Zeiger so weißt du noch den Weg zurück ich weiß nicht ich glaube er muss nach oben irgendwie ich geh einfach nach oben ich weiß nicht ich weiß nicht wie ich zurückkomme ah ich stehe immer doch ah was für ein Fight alter oh er hat mir zweimal getroffen egal ok nach oben save ne da da geht's hoch ja schon da da genau da geht's hoch geh nicht nochmal oben lang ok mach mir doch auf aber da war nur eine große Tour man die will ich haben du holst sie jetzt später jetzt bis sie erstmal da da ha 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 ok da ist ein Herz hallo nehmisch um den jetzt hol ich dir aber draus nö kann man voll egal ha 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 so jetzt müssen wir nur noch irgendwie in den großen Raum da reinkommen hier lang sei da mal bewegt dich schon mal ein bisschen so da oben Moment mal das wollen wir auch nicht doch ha 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 ach verpissst euch ok ach ok ok alles easy alles easy 都 nicht verstanden oh, ne Robin yeah Toll ey man die verarsche mich ohne Ende ohne Punkte und Komma verarsche ich mich hier Das ist bestimmt die, 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 äh, die Bar. Ja, genau, die Bar für die ganzen Junkies. So, da oben brauchen wir nicht hin, hier müssen wir lang. Okay, hier lang. Ich steh mir gerade vor, dass Zainer bleibt kurz in der Tür stecken. Die Tür geht wieder runter und sie wird dann vollzack wetscht. Ja, und dann ist das Spiel vorbei.